Fockel setzen, am besten da. Okay, ich bin abschlachtin. Komm, leck mich doch. Ja, lol. Diese konnte ich hier grad nicht schlagen. Und noch ein Skelett an Spinnenreiter. Hä? Sie ist grad gestorben. Boah, das ist grad voll buggy. Schlag doch das dumme Viech. Alter, fick dich. So, stirb doch mal, dumm Kinder. Das ist ein Bug, oder? Würde ich doch verarschen, dass es kein Bug ist. Spawner abbauen für Erfahrung, jawohl. Und Level 20, da nehmen wir die ganzen Bullshit mit. Dann kann ich den Schlag 3 und Ding ist richtig nice. Beziehungsweise Ding, äh, Ding find ich richtig nice. Kisten kann ich noch mitnehmen. Ähm, Behutsamkeit ist ganz praktisch, ähm, komm, sammel auf. Volles Inventar, nicht gut. Spinnenauge weg. Ähm, wenn man direkt Cleanstone haben möchte. Das ist schon ganz praktisch. Mann, da war ein Spawner, krass. Begebe ich mich mal weiter hier runter. Obwohl ich nicht weiß, wenn... Ich höre ein Enderman. Willst du mich verarschen? Das finde ich... Die Creeper wollen mich. Fick dich. So. Oh. So. Ich höre ein Enderman. Wie soll ich ein Enderman? Und wieso sind die über... Da, so. Krieg ich den? Nee, warte. Fuck. Fuck. Kann er sich hinter mich porten? So passiert mir eigentlich nichts, oder? Ey, du Pisser. Komm her. Nein, ich hab ihn angeschaut. Nein. Na, du Hure. So, stirb. Aber wo hat er sich hingeportet? Das Arschgesicht. Hierhin? Wo? Ich glaub, der Sound ist ein bisschen laut, merk ich grad. Äh. Äh. Da. 50 Mal. Wo bist du, Mann? Ich will dich töten. Ich will nicht dein... Gestöhne hören. Oh, Alter. Was ist denn das für eine fucking Höhle, Alter? Die will mich doch verarschen, oder? Nee. Nee. Bin ich jetzt wieder hier? Fick dich! Wow. Der hat nicht mal einen Enderpil... Ich fache gleich. Also, beziehungsweise, ich hab den Hunger. Jetzt macht der Creeper anstalten und macht Breakdance. Oh. Schön, dass du auch mal explodiert bist. Äh. Auch mal. Alter. Mua! Warte mich vom Arsch! Komm, jag den anderen hoch. Ah! Zwei auf einen Streich, Alter. Mua. Alter. Da war ich vorhin. Da komm ich her, in dem Sinne. Ich entdeckte richtig... Ich will aber nicht nach oben. Ich will nach unten für Diamanten. Spinne, verpiss dich, du... Nein! Mua! Alter. Steht der... Steht der Creeper frech neben dem anderen? Wie... 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 Alter. Wie frech war das denn? Frech neben dem Zombie stehen. Ist echt frech. Find ich nicht gut. Also, noch ein bisschen Eisen. Das war jetzt... Eine totale Action. Eine Hyper... Ich hab übern's Deck. Was werf ich weg? Ich hab übern's Deck. Was werf ich weg? Kein Feuerstein. Der Sattel. Ach, Sattel ist aus drei Leder. Was will man mit dem Sattel, Mann? Das kriegt man schnell wieder hin. Jawohl. So. Ich will noch mehr erforschen. Das macht irgendwie total Spaß. Weil ich hab keinen Bock, nochmal da runter... Fuck! Oh, da muss ich weg. Da muss ich weg. Da muss ich weg. Lol. Die schießt sich selber kaputt. Dann kann man sein. Jawohl. Okay. Da kam ich ja her. Ich glaub, da waren... Da waren doch noch... Das ist ein Zombie mit Lederrüstung. Noch ein Creeper. Lol. Und da war noch was. Das ist ein Zombie. Ja, hallo. Oh, da ist runtergeflogen. Lol. Der hat was Verzaubertes. Ist nicht verzaubert, gell? Oh, nochmal Gold. Oh, da ist doch irgendwas, oder? Warum sind da zwei Creeper? Das Spiel will das doch so. Komm. Oh. Explodiert in kein... Will der ein Zombie mir Angst machen. Ja. Was denkst du wohl? Ich hol mir... Alter, was ist denn da los? Wollt ihr mich verarschen? Ach, da ist es. Okay. Alter, was ist denn in der Höhle los? Die gehen ja alle ab wie... Verkackt. Jetzt hab ich's echt verkackt. Wie... Wie Harry. Die gehen alle ab wie Harry, genau. So war das. So war das. Okay. Äh, Fackel vielleicht einsetzen. Ähm. Und da noch ein Spinnchen wegloppen. Komm. Lass mich. Ich will den Block da setzen. Hinder mich nicht am Block setzen, du Noob. Und hinder mich nicht am Eisen abbauen. Eisen ist nämlich sehr wichtig. Und da ist nochmal Eisen. Und da ist nochmal Eisen. Und vier Eisen. Und da höre ich ein Skelett. Aber ich weiß nicht von wo. Von hier? Ich höre ein Skelett und da ist nichts. Okay. Dann hab ich vielleicht das Skelett überhört. Ich hab das Skelett überhört. Ganz klar. Fuck. Ah, Erfahrungskügelchen. Lol. Das macht... Das ist dumm und kriegt Damage. Jetzt stirb doch. Manni, ne Fresse. Ah, da hab ich nen Spawner weggekloppt. Da war ich offensichtlich noch nicht. Aber ich war doch grad... Wo war das jetzt mit den Creepern? Ich glaube, das war hier oben, oder? Äh. Ach, das war da, okay. Das war da, gell? Komm, Creeper. Komm, geh hoch, bitte. Geh hoch, Ritz. Und jag den... Ne, ich will das zum Beispiel selbst zählen. Jawohl. Okay. Ähm. Äh. Äh. Das sieht komisch aus. Wieso hab ich so... Nein! Boah. Alter, was war denn das grad für ein krasser Scheiß? So. Flieg ich da runter, Staffen? Wo kommen die ganzen Zombies her? Boah, der ist verbraten. Das gibt's nicht. Ich verbraten. Ganzen Stack an Fackeln in einer Höhle. Das kann ja nicht wahr sein. Was ist das? Äh, Lava. Äh, zu. Okay. Dann. Erde. Nicht gut. Deswegen ist da bestimmt... Da ist bestimmt was, oder? Diamant oder so. Das Spiel wollte doch, dass ich hierher kommen. Und hat extra dafür spawnen lassen. Ah, das nervt mich auch übel. Minecraft. Hört man solche Geräusche und alles? Ich höre ein Slime. Ein Slime. Hört man alles, aber... Ähm... Man weiß nicht, wo es ist. Nervig. Ich war doch grad... Ich war da, oder? Ich war... Ich war auf dem Weg nach da, oder? Ne. War ich nicht. Ich war auf dem anderen Weg. Was gibt's? Ne, nicht nochmal. Wieso? Du kannst auch so mit mir reden. Warte. Warten. Warte. 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 Und da bin ich auch wieder. Brüder können nervig sein. War ich da? Ne. Da stand ich gerade eben schon. Bin ich jetzt dumm? Ich wollte da genau, oder? Oder? Oh, der? Ach so, da muss hier noch mein Creeper stehen, oder? Oder? Ja, explodier. Schönes machen. Lol. 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 Lol, nein. Creeper, du behindertes Kind, lass mich in Ruhe. Alter. Leih. Wollt ihr mich verarschen? Das war der größte Fehler. Alter. Wie viel Lack habe ich eigentlich? Boah. Das muss ich erst mal generieren. Fuck. Das ist eine Todeshöhle. Die wollen mich voll am... Die wollen mich voll ärgern. Ah, da gibt's auch echt viel zu holen. Komm, zu regenerieren mal schneller. In der Szenen kann ich ja wieder was labern, aber mir fällt nichts ein. Mir fällt wirklich nichts ein. Ich hab keinen Plan. Ähm. Hatte ich mal vorhin was? Ah, über meine Ideen, was ich noch machen könnte. Also ich hatte diese Idee, ähm, im Wasser also so eine Art Strandhütchen zu bauen. So einen Bauernhof will ich noch bauen. Also Bauernhof. Also so ein Haus einfach mit Tiergehegen und Erntemaschinen und allem. Und dann möchte ich noch, ähm, so ein Baumhaus bauen. Also ich möchte einen Dschungel finden und ein Baumhaus bauen. Okay, jetzt hab ich genug generiert. Was steht denn da vor meinem Hütchen? Vor meinem kleinen Haus? Steht da was? Ich hör einen Zombie. Leck mich am Arsch. Da kamen drei Creeper um die... Hallo Creeper? Ja, jetzt kriegst du aufs Mord und festiges Zombie-Mann. So, mir reicht's, Kinders. Ha! Explodiert auch mir macht's nichts. Alter, ich weiß nicht, ob ich sehr unkl... Alter! Geht's grad wieder los, oder wat? Ich weiß nicht, ob ich sehr unklug gelaufen bin. Lol. Was sind das für ein Zombie? Die wollen mich verarschen. Was ist das für ein fucking... Pst! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR